Überraschend gut. Ich fand ihn interessant. Ich muss aber sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ganz verstanden habe. Erlebst du mich nicht mehr? Ich fand es am Anfang ein bisschen so anstrengend. Also ich habe eine komplett andere Meinung. Die Geschichte war echt spitzer. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich bin schwanger. Also es war sehr kurzwellig. Humorlos und einfach primitiv. Aber insgesamt hat er damit schon gefesselt. Was ist mit dir? Ich habe mich königlich amüsiert.